Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute soll es den Netflix Book Tag geben, zu dem mich die liebe Mona vom Kanal Bücherwunder getaggt hat. Und die erste Frage lautet, recently watched the last book you've finished reading, also das letzte Buch, das ich beendet habe. Und das war bei mir Ein wenig Leben von Hanya Yanagihara. Ein Buch, das ja sehr kontrovers diskutiert wurde, viel durch die Medien ging, einen starken Hype hatte hier in Deutschland, als es im Hansa Verlag erschien. Und auch ich habe dieses Buch jetzt gelesen. Ich habe mir diese Ausgabe ja von meiner Mutter ausgeliehen, die ich sehr mochte. Und ihr werdet also in Kürze meine Meinung zu diesem Buch auf meinem Kanal sehen. Vielleicht ist das Ganze auch schon online. Ich weiß nicht genau, wann ich diese Texte immer hochlade. Es wird jetzt auch eine Einzelrezension geben. Wenn die schon online ist, werde ich sie euch oben und unten verlinken. Dann könnt ihr da einmal reinschauen. Ihr werdet es aber außerdem in meinem Lesemonat Juli finden. Ich verrate an dieser Stelle nur so viel, dass es für mich durchaus ein außergewöhnliches Leseerlebnis war. Eine Geschichte, die auch einen großen Sog auf mich ausgeübt hat und ein Buch, das mir sicherlich noch lange im Gedächtnis bleiben wird. Ich hatte aber auch einige Kritikpunkte an der Geschichte und am Aufbau der Geschichte und kann mich entsprechend nicht völlig diesen überschwänglichen Meinungen von vielen anderen anschließen. Denn die Autorin hat mich hier zeitweise richtig wütend gemacht. In der zweiten Frage geht es um Bücher, die mir aufgrund der Bücher, die ich bisher gelesen habe, empfohlen wurden und die ich dann deswegen gelesen habe. Und das ist natürlich auch so eine Rubrik, die kennt man auch von Amazon oder von Netflix eben auch, dass man aufgrund seiner Bewertungen von Filmen, die man bereits gesehen hat oder Produkten, die man gekauft hat, auch weiteres empfohlen bekommt, was einem gefallen könnte. Und ich fand das total schwierig, das jetzt auf die Bücher zu münzen, weil ich im Endeffekt keine Bücher empfohlen bekomme explizit, weil ich irgendwelche anderen Bücher gelesen habe. Sondern ich hole mir natürlich sehr, sehr viele Buchempfehlungen durch Booktube, dadurch, dass andere diese Bücher sehr mochten, von denen ich weiß, dass der Geschmack recht ähnlich ist. Und deswegen werde ich diese Frage einfach so beantworten. Und zwar habe ich beispielsweise die Geschichte von Blue von Solomonica der Winter nur deshalb gekauft und gelesen, weil Mona vom Kanal Bücherwunder davon geschwärmt hat. Es hat ihr gut gefallen und die Geschichte klang auch für mich super interessant. Und da sie mich getaggt hat, zeige ich jetzt einfach ein Buch, das ich aufgrund ihrer Empfehlung las und das mir auch sehr gut gefiel. Hier geht es um das Mädchen Blue. Sie wächst in sehr schwierigen Verhältnissen auf. Ihr Vater ist eines gewaltsamen Todes gestorben und ihre Mutter ist stark drogenabhängig und behandelt Blue sehr schlecht. Und seit dem Tod ihres Vaters hat Blue aufgehört zu sprechen, was ihr natürlich auch einige Probleme macht, wenn sie in die Schule geht. Sie wird dort als zurückgeblieben behandelt und auch in eine Sonderschule gesteckt, obwohl sie ein intelligentes Mädchen ist, das einfach nur mit der Situation nicht klarkommt. Und nach und nach erfahren wir so ein bisschen, was in Blue vorgeht. Sie hat auch sehr viele Rache-Gedanken, da sie meint, sie wüsste, wer für den Tod ihres Vaters verantwortlich ist. Das ist eine super spannende Geschichte, die viele Wendungen hat, bei der man nie so ganz sicher sein kann, woran man ist und deren Ende mich auch sehr überraschen konnte. Frage Nummer drei. Recently added. The last book you brought. Also das letzte Buch, das ich gekauft habe. Und das war ein E-Book, nämlich Es von Stephen King in der englischen Ausgabe. Ich lese das Ganze ja in einer Lesegruppe auf Facebook. Das Buch hat auch in der englischen Variante für mich auf dem E-Book über 1400 Seiten. Und ja, das wird auf jeden Fall ein wenig dauern, bis ich da durch bin. Ich habe jetzt, glaube ich, gerade etwa 550 Seiten geschafft. Ich hänge auch in der Lesegruppe wieder heillos hinterher, was bei mir halt häufiger vorkommt, leider gerade, wenn es zum Wälzer geht, weil ich aktuell einfach überhaupt nicht einschätzen kann, wie ich zum Lesen komme. Und oftmals ist das sehr viel weniger als geplant oder eben auch für diese Leserunden erforderlich ist. Aber mir macht die Geschichte weiterhin sehr viel Spaß. Ich habe auch kein Problem damit, total hinterher zu hängen, ab und zu mal meinen Senf in irgendeinen veralteten Post abzugeben. Und ja, anschließend dann einfach mit den Leuten nochmal zu diskutieren, wenn ich das Buch dann auch fertig habe. Also die Geschichte macht mir weiterhin Spaß. Ich denke, zu S von Stephen King muss ich auch nicht viel sagen. Wir haben es hier mit einem Horrorclown zu tun, der die Kleinstadt Derry terrorisiert und es vor allem auf kleine Kinder abgesehen hat. Aufgabe Nummer 4, Popular on Netflix, Books that everyone knows about. Wenn man das jetzt auf Booktube bezieht, also Bücher, die im Booktube-Bereich sehr beliebt sind, sehr bekannt sind. Und davon soll ich jeweils zwei nennen, die ich dann auch bereits gelesen habe und zwei nennen, die ich gar nicht erst lesen möchte. Und eines dieser Bücher, die auf Booktube sehr beliebt sind oder eine der Reihen, ist sicherlich die Tribute von Panem Trilogie. Und die habe ich auch selbst gelesen, bin also dem Hype so ein bisschen gefolgt und fand die Reihe auch gar nicht schlecht. Und obwohl ich diese Reihe sehr viel später las, als sie erschien und die meisten sie wohl gelesen haben, war es für mich trotzdem die erste Jugenddystopie-Reihe. Und entsprechend hat mir das Ganze wirklich gut gefallen. Ich mochte auch die psychologischen Aspekte, die hier drin stecken. Man hat sehr gut mitbekommen, dass Katniss Everdeen durch die Hungerspiele auch traumatisiert ist und dass sich das eben auch in ihrem Verhalten widerspiegelt und in den Ängsten, die sie hat. Und das fand ich, hatte mehr Tiefgang, als ich erwartet habe von diesem Buch und deswegen war ich positiv überrascht von dieser Reihe. Und eine weitere auf Booktube beliebte Reihe habe ich ebenfalls gelesen, nämlich die Selection Trilogie von Kira Cass. Und ich sage jetzt Trilogie, weil ich wirklich nur diese drei Teile gelesen habe. Es gibt danach ja nochmal zwei, die sich mit der nachkommenden Generation beschäftigen und die habe ich einfach mal hinten überfallen lassen, denn ich hatte nach Teil 3 auch schon keine Lust mehr. War froh, dass die Geschichte mehr oder weniger abgeschlossen war und hatte jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis, da noch weiterzumachen. Und hier würde ich wirklich sagen, dass man diese Bücher nicht gelesen haben muss. Es war mal ganz unterhaltsam, es war für mich auch ein neues Genre, das ich da ausprobiert habe. Und es hat mich durchaus ganz gut unterhalten zwischendurch, aber insgesamt so rückblickend betrachtet war es doch eher eine Zeitverschwendung, in der man ein paar bessere Bücher hätte lesen können. Und damit jetzt noch zwei Bücher, Autoren, Reihen, die auf Booktube ebenfalls super beliebt sind, bei denen ich aber gar nicht erst vorhabe, sie zu lesen. Und zwar ist das einmal alles von J. Lynn, also Jennifer L. Armantrout, wenn sie als J. Lynn schreibt, was ja überwiegend Young Adult, New Adult ist. Und ich glaube, dieses Genre wird mich einfach nicht mehr begeistern können, davon halte ich mich fern, da habe ich also überhaupt kein Interesse dran, auch wenn alle diese Reihe feiern. Oder noch einen Autoren, der super beliebt hier ist, auf Booktube, den alle irgendwie super mögen und von dem ich bisher noch nichts gelesen habe, bei dem ich aber auch sehr skeptisch bin, dass mir seine Bücher gefallen, und zwar ist das Sebastian Fitzek. Ich habe von ihm Passagier23 hier, möchte diesem Buch einmal eine Chance geben und mal schauen, woher der Hype kommt, warum alle diesen Autor so sehr feiern und bin mal gespannt, ob mich das Buch zumindest unterhalten kann. Ich denke, ich habe meinen Anspruch da schon ein wenig zurückgeschraubt, weil ich auch weiß, dass der Schreibsteam mir schon mal nicht zusagen wird, weil er mir einfach zu simpel ist. Aber ich bin halt immer der Meinung, man sollte sich vorher einen Eindruck verschaffen, bevor man darüber urteilt. Ich bin mal gespannt, wie mir sein Buch gefällt, ein bisschen neugierig bin ich ja schon. Und ja, vielleicht werde ich dann nachher auch ein Riesenfan von Sebastian Fitzek oder eben nicht. Aufgabe Nummer 5, Comedies, ein lustiges Buch und ich lese ja keine lustigen Bücher, deswegen war das für mich ein bisschen schwieriger zu beantworten. Aber ich habe mich jetzt für den Zombie Survival Guide entschieden, denn der hat mir damals unheimlich viel Spaß gemacht, obwohl es eigentlich gar nicht so richtig lustig ist. Aber es ist dadurch lustig, dass es sich so ernst nimmt, dass es versucht tatsächlich einen ernst zu nehmen, das Survival Guide zu sein, für die mögliche Zombie Apokalypse und einem alles Handwerkszeug zur Hand zu geben, um diese zu überleben. Das heißt, es wird hier auch sehr genau auf die Zombies eingegangen, welche Verhaltensweisen sie an den Tag legen, welche Schwächen sie haben, welche Stärken sie haben, wie ihre Körperfunktion beispielsweise funktionieren. Und anschließend gibt es natürlich eine Waffenkunde, was eignet sich ganz gut und wo sollte man sich am besten verschanzen, wie sollte man es angehen und welche Vorräte sollte man sich bereitstellen und in welchen Mengen, damit man auch gleichzeitig noch größere Strecken zurücklegen kann. Also es nimmt sich unheimlich ernst und dadurch fand ich es wahnsinnig amüsant. Und ich glaube, das ist was für jeden, der Zombies total liebt, der Zombie-Filme schaut, Zombie-Bücher liest und hier einfach mal so einen kleinen Guide haben möchte, wie es denn wirklich wäre, wenn es Zombies gäbe. Und gerne wissen möchte, wie er sich idealerweise in einer Zombie-Apokalypse am Leben hält. Aufgabe Nummer 6, Dramas, a character who is a drama queen or king. Und ich glaube, da passt niemand besser als der junge Werther aus Die Leiden des jungen Werther. Ich glaube kaum, dass sich sonst ein Charakter so wunderbar in seinem eigenen Selbstmitleid suhlen kann, wie Werther es hier in diesem Buch kann, weil er seine Angebetete nicht für sich hat, weil sie schon an einen anderen Mann versprochen ist. Er sich in diese unerwiderte Liebe einfach total hineinsteigert und das Ganze gipfelt dann auch in einem mehr als tragischen Ende. Und deswegen glaube ich, dass kein Buch hier besser passen würde als Die Leiden des jungen Werther. Aufgabe Nummer 7, Animated, a book with cartoons on the cover. Und das war für mich ein bisschen schwieriger. Ich habe nicht so viele Bücher, auf deren Cover sich Cartoons befinden. Ich wollte jetzt auch keinen Comic rausnehmen, aber ich fand, das war ein bisschen geschummelt. Deswegen habe ich mich jetzt im Endeffekt für Bad Monkeys entschieden, denn hier passt das Cover dann doch zu der Frage. Es ist schon sehr lange her, dass ich dieses Buch gelesen habe und zu der Zeit habe ich auch noch kein Book Journal geführt. Das heißt, ich kann mich auch nicht an irgendwelchen Notizen orientieren. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das Buch tatsächlich verstanden habe, als ich es las. Ich habe hier auch die englische Ausgabe und da kam natürlich auch noch die sprachliche Komponente dazu. Es geht hier um eine junge Frau, die festgenommen wurde, weil sie des Mordes angeklagt ist. Und sie sitzt gerade im Vorhör und sie hat wohl auch eine schwierige Vergangenheit mit Drogen. Und sie hat sich wohl immer daneben benommen, auch als Kind schon. Das heißt, sie ist nicht unbedingt eine verlässliche Person. Und sie behauptet in diesem Vorhör aber steif und fest, dass sie einer Geheimorganisation angehört, deren Aufgabe es ist, die Welt von bösen Menschen zu befreien. Und man weiß in diesem Buch die ganze Zeit nicht, wer hat jetzt recht, wem kann man glauben. Ist das alles eine Verschwörung? Und hier gibt es so viele Wendungen und verrückte Momente, bei denen die ganze Geschichte irgendwie einen anderen Blickwinkel bekommt. Und so kann man sich am Ende gar nicht so richtig sicher sein, ob das jetzt die Wahrheit ist oder nicht. Ich glaube, ich müsste dieses Buch nochmal lesen. Ich hätte auf jeden Fall Lust auf so eine verrückte Geschichte. Und da habe ich einige Bücher, die ich nochmal lesen möchte, unter anderem 1984 von George Orwell. Ich mag den Autoren ja sehr gerne. Bisher hat mir jedes seiner Bücher gefallen. Und 1984 ist auch eines dieser Bücher, die mir sehr gut im Gedächtnis geblieben sind, die ich aber trotzdem gerne auch nochmal lesen möchte. Jetzt mit so ein bisschen mehr Erfahrung, auch was andere Dystopien angeht. Außerdem kann ich mir vorstellen, dass ich Ende dieses Jahres auch wieder Lust habe auf Harry Potter. Denn ich habe die Reihe erst letztes Jahr erstmalig komplett gelesen. Und mir hat es sehr gut gefallen. Es hat mich in eine sehr schöne Stimmung versetzt. Und das ist für mich eben auch ein wichtiger Faktor, wenn ich Bücher habe, von denen ich weiß, dass sie mich in eine bestimmte Stimmung versetzen. Und je nach Lebenslage kann das ja ganz sinnvoll sein. Und deswegen glaube ich, dass ich auch Harry Potter in nächster Zeit nochmal lesen möchte. Und einen weiteren Re-Read, den ich mir vorgenommen habe, sind die Zermonien-Romane von Walter Mörs. Ich habe jetzt hier stellvertretend mal die 13,5 Leben des Käpt'n Blaubeer rausgesucht, weil das auch das erste Buch wäre, was ich dann wieder lesen möchte. Ich habe mir sowohl die 13,5 Leben des Käpt'n Blaubeer als auch die Stadt der träumenden Bücher in dieser gebundenen Ausgabe geholt. Diese hier ist auch noch zusätzlich koloriert. Und ich habe diese gebundenen Ausgaben noch nie gelesen und möchte das gerne mal machen. Ich hatte vorher nur die Taschenbücher. Die waren dann auch mittlerweile schon sehr zerrlesen. Denn ich habe beide Geschichten mehr als drei, vier Mal gelesen. Und möchte das dann in nächster Zeit auch mal mit dieser gebundenen Ausgabe machen. Ich liebe diese Zermonien-Romane. Ich weiß auch hier, dass sie mich in eine ganz besondere Lesestimmung versetzen und mir sehr gut tun, wenn ich die Geschichten lese. Und deswegen ja, auf jeden Fall auch hier ein Re-Read. Aufgabe Nummer 9. Documentaries. A non-fiction book you would recommend to everyone. Und das fällt mir ein bisschen schwer, weil ich kaum nicht-fiktionale Werke lese. Also Sachbücher, Erfahrungsberichte, Biografien und so weiter. Und das lag vor allem am Studium. Ich habe halt im Studium sehr viele wissenschaftliche Arbeiten lesen müssen. Wissenschaftliche Bücher. Und die hatten eben auch keinen Unterhaltungswert. Und ich hatte einfach nicht die Muße, da nebenbei noch andere nicht-fiktionale Werke zu lesen. Und so ist das komplett eingeschlafen. Und ich habe noch nicht wieder dazu zurückgefunden. Und deswegen kann ich euch da nicht viel empfehlen. Aber ich zeige euch hier jetzt Arbeit und Struktur von Wolfgang Herndorf. Hier berichtet der Autor von der Diagnose Hirntumor an, wie der Krankheitsverlauf ist, welche Symptome er hat und welchen Einfluss das auf seine Beziehung und sein Schaffen als Schriftsteller hat. Wir begleiten ihn bis zu seinem Tod. Das Ganze ist in Tagebucheinträgen formuliert. Und ja, das Buch hat mich ziemlich mitgenommen. Es hat mich sehr berührt. Für mich ist das ein sehr faszinierender Mann gewesen, dessen besondere und sympathische Art hier einfach auch sehr gut rüberkommt durch seine Tagebucheinträge. Man kommt dem Menschen, dem Autor natürlich sehr nahe. Es sind sehr viele emotionale Passagen drin. Es gibt hier auch Bilder. Und ja, mich hat dieser Erfahrungsbericht sehr mitgenommen. Es war eine sehr schöne Lektüre. Ich verbinde damit auch immer meine erste Leserunde hier auf Booktube. Und ja, entsprechend kann ich dieses Buch jedem empfehlen. Ihr könnt das Ganze aber auch, glaube ich, immer noch online nachlesen, denn es ist eigentlich nur die Buchform seines Blogs, den er geführt hat während dieser Zeit. Und das verlinke ich euch alles mal in der Infobox. Dann könnt ihr da mal reinschauen. Die vorletzte Aufgabe lautet Action and Adventure, ein spannungsgeladenes oder actionreiches Buch. Und ja, davon habe ich nicht so viel in meinem Bücherregal. Das ist nicht unbedingt eine Eigenschaft, die ich bei Büchern brauche. Ganz im Gegenteil. Meistens stört mich das eher, denn oft habe ich den Eindruck, dass dadurch die Charaktere so ein bisschen in den Hintergrund rücken, die nicht mehr so genau beschrieben sind und es einfach nur noch um Action-Szenen geht, die total spannend sind und einem am Lesen halten. Aber das ist nicht unbedingt das, was ich gerne lese. Ich blende euch dafür jetzt einfach mal Dermansianer ein, denn dieses Buch las ich bereits, habe es dann aber aussortiert, weil es mich nicht so vom Hocker gehauen hat wie viele andere. Ich fand aber, dass es durchweg spannend war, die Geschichte, und dass ich sie sehr schnell und sehr gerne gelesen habe. Aber ja, insgesamt konnte mich das Buch einfach nicht so überzeugen. Es geht um den Ingenieur und Biologen Mark Watney, der zusammen mit anderen Astronauten auf den Mars landet, um dort einige Tests durchzuführen, um ihn später mal bewohnbar zu machen. Es kommt ein Sturm auf, die ganze Truppe flüchtet zurück ins Raumschiff. Mark Watney wird von dieser Gruppe getrennt und die Gruppe hält ihn für tot, macht sich auf den Heimweg zur Erde. Und ja, Mark Watney ist aber nicht tot, er ist jetzt alleine auf dem Mars und muss jetzt gucken, wie er auf diesem Planeten möglichst lang überleben kann, bis man ihn abholt oder er selbst eine Möglichkeit findet, von dem Planeten zu fliehen. Und dabei begleiten wir ihn. Er ist dabei sehr einfallsreich und optimistisch. Er hat seinen Sinn für Humor absolut nicht verloren, auch in dieser ausweglosen Situation. Das kam mir manchmal ein wenig unrealistisch vor. Aber ja, es war durchaus sehr unterhaltsam, dieses Buch zu lesen. Und die letzte Frage lautet New Releases, ein Buch, das vor kurzem erschienen oder in Kürze erscheint, auf das ich mich sehr freue und das ich unbedingt lesen möchte. Und das ist für mich der zweite Teil der Monstrous-Comic-Reihe, also der zweite Sammelband. Das erschien jetzt Mitte Juli und ich kann es kaum erwarten, mit der Reihe weiterzumachen, versuche mich aber gleichzeitig ein bisschen zu zügeln, denn ich weiß ganz genau, wenn ich das jetzt sofort durchlese, dann ist die Wartezeit zum dritten Sammelband natürlich deutlich länger und vielleicht, ja, vergesse ich dann so ein bisschen was von der Geschichte und kriege es nicht mehr richtig zusammen. Deswegen, ja, ich werde es mir vielleicht bestellen, aber dann noch ein wenig auf dem Sub liegen lassen. Ich muss mal schauen, wie ich das organisiere, aber ich freue mich riesig auf die Geschichte. Chatting, Handlung und optischer Stil haben mich hier absolut überzeugt und ich verlinke euch mal ein Video, in dem ich das Ganze vorstelle. Und das war es nun mit meinen Antworten zu den Fragen des Netflix Booktag und jetzt ist es wieder an der Zeit, Leute zu taggen, die diesen Tag vielleicht noch nicht gemacht haben und Lust dazu haben und darauf warten, dass sie getaggt werden. Und weil ich wie immer nicht weiß, wann diese Tags online kommen, werde ich entsprechende Personen dann hier auf meinem Bücherregal einmal einblenden und in der Infobox nochmal nennen. Dann freue ich mich, wenn ihr dieses Video macht und mir vielleicht Bescheid gebt. Ihr dürft die Fragen oder einzelne Fragen natürlich auch gerne in den Kommentaren beantworten. Auch da würde ich mich freuen, ein wenig was von euch zu hören. Und ich hoffe jetzt, euch hat dieses Video gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend hier, nachdem wann ihr es schaut und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!